Wie geht es weiter? Das ist eine Frage, die sich gerade viele kleine Selbstständige stellen, die von Corona besonders gebotelt wurden. Wir suchen nach Antworten in Organisationsaufstellungen heute Abend, die kostenfrei sind. Das ist eine Unterstützungsaktion der Integralen Lebensarchitekten. Aber die Teilnehmer haben auch etwas davon, weil die Integralen Coaches, die sich zur Verfügung stellen, auch ihre Erfahrungen vertiefen und Neues dazulernen. So ist eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten geschaffen. Wir freuen uns auf Euch. Ihr könnt einfach unten den Link anklicken ab 18.50 Uhr SR Online.